Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast mit Silli Riegler und Andi Hohenwarter. Hallo, mit einer mittlerweile entschnupften Silli, dafür ist der Andi jetzt verschnupft, gell? Ja, aber wir haben nichts gehabt miteinander. Auch privat ein paar. Wir starten wieder los. Wir haben ja unnützes Wissen immer auf Sendung, im Radio, auf Live-Radio. Und die Top 3 vom unnützen Wissen präsentieren wir euch hier. Das ist ja die 90er, übrigens haben wir auch die Woche erfahren, ein Jahrzehnt der Bildschirmschoner. Und du hast erzählt, du hast einen, was für einen Bildschirmschoner? Ich habe damals das tanzende Baby aus Ellie McBeal gehabt. Das war so ein computeranimiertes Baby und das war ja damals so, das war in der Serie, hat das immer tanzt. Das war quasi die biologische Uhr von der Ellie, die hat dann immer das Baby tanzen sehen, so quasi, oh oh, lang geht's nimmer. Alles klar. Hast du Geld dafür ausgegeben, weil es hat ja durchaus solche Dinge zum Kaufen gegeben damals. Haben wir die Woche gehört, gell? Ja. Also die fliegenden Toaster, die kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht, die müssen kultig gewesen sein. Was ihr vielleicht noch kennt, das war aber gratis dabei, wo so Rohre waren, die dann über dem Bildschirm waren. Ah, ja, ja, ja. Dann war das so ein Rohrsystem. Ja. Die waren dann so wie so Rohrlabyrinth, das dann ausgeschaut. Aber ich habe nichts Zeit. Nein, nein. Das hat mir sicher irgendwer irgendwie geschenkt. Ja, geschenkt. Platz 3. Also ich glaube, das ist die kultigste James-Bond-Parodie aller Zeiten gewesen. Drei Teile, glaube ich, gibt es 1997 das erste Mal im Kino. Austin Powers. 1975. Yeah, Baby, yeah. Und der Titel war damals, Austin Powers, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Ja, großartig. Der Name war Programm. Absolut. Es hat, wie du gesagt hast, drei kultige Filme gegeben und die wollten natürlich passenderweise zum Kult auch den kultigsten James-Bond-Darsteller aller Zeiten mit dabei haben, Sean Connery. Der hätte den Vater von Austin Powers spielen sollen, also Nigel Powers, hat dann aber aus irgendwelchen Gründen dankend die Rolle abgelehnt. Ich meine, der ist ein Sir. Der hat das nicht notwendig. Nein, das hätte echt nicht gepasst. Nein. Platz 2. Das war damals der Krieg der Spielekonsolen. Heute ist es ja Xbox gegen Playstation. In den 90ern waren das Nintendo gegen Sega und die Geschichte dahinter finde ich sowas von cool, weil Sony da echt einen Bock geschossen hat. Aber einen richtigen. Ja, genau. Also damals hat sich Nintendo durch eine Entscheidung absolut selbst aus dem Rennen geschmissen. Nintendo war ja die Spielekonsole von Sony und die haben dann die Zusammenarbeit beendet. Jetzt hat sich Sony was Neues einfallen lassen müssen und dann ist ihnen die Playstation eingefallen. Und gegen die hat es dann Nintendo ja tatsächlich sehr, sehr schwer gehabt. Also hätte Nintendo nicht kündigt bei Sony, wären sie jetzt noch voll im Geschäft wahrscheinlich. Hätte jeder ein Nintendo daheim noch. Wobei Nintendo hat man eh noch, so mit Switch und so. Mit was? Mit der Switch. Ah ja. Ja. Das ist die... Die super ist. Ja, das ist dieses, das man in der Hand häuten kann, oder? Die Switch. Genau. Wo man nicht einen Fernseher braucht, sondern das auch unterwegs spielen kann. Platz 1. Eine Zahl, die ihr so schnell nicht mehr vergessen werdet. Es geht um den Kultfilm Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Und da, in diesem Film, kommt ein Wort sehr, sehr oft und präsent vor. Und ich glaube, das war wirklich so der Durchbruch von diesem Wort in unseren Gefielten. Das hat man vorher nicht gesagt. Glaubst? Ich glaube, fuck hat man nicht gesagt. Hat man fuck erst seit den 90ern? Gut, als Podcast, da können wir sowas laut aussprechen. Im Radio ist es ein bisschen schwierig. Nein, ich war ja vorher nicht auf der Welt. Kann ich nicht sagen. Aber gefühlt, oder? Soll ich das googeln? Seit wann sagt man fuck in Europa? Google das mal. Das würde mich interessieren. Seit wann sagt man fuck? Ich habe sogar noch nie mein Leben googelt. Das kann ich sagen. Fuck. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag für fuck. Wirklich? Erzähl. Schimpfwörter. Das kann ich gar nicht vorlesen. Das Wort ist vermutlich altgermanischen Ursprungs. Das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Okay. In Situationen, wo die direkte Verwendung des Wortes als unangemessen gilt, wird es umschrieben. Üblich diese Umschreibung als das F-Wort oder die F-Bombe werfen. F-Bombe werfen habe ich noch nicht gehört. Aber es steht da nicht. Ach so, Moment. Schriftlich lässt es sich erstmals im 16. Jahrhundert als vulgär Ausdruck nachweisen. Es taucht in einem Gedicht des schottischen Dichters William Dunbar 1503 auf als fuck it. In einem Manuskript von Cicerous de Offizis. Naja, wir kennen ihn alle. Schrieb ein englischer Mönch 1528 den Hinweis, oh de fucking a bot. Ist das witzig. Also du bist nicht in den 90ern, sondern da sind wir ganz weit. Gut. Aber es geht trotzdem um dieses Fuck-Wort, das in Pulp Fiction sehr präsent war. Haben wir schon wieder verlaufen, gell? Ja, heute tut es überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall wollten wir euch mitteilen, dass das F-Wort oder die F-Bombe sehr oft geworfen wurde in Pulp Fiction. 265 Mal. Wie schaffen wir noch einen positiven Abschluss? Soll ich nur mal den Dichter zitieren in den Schottischen? Ja. Ja. William Dunbar 1503 Fuck it. Fuck it klingt gell viel netter. Fuck it klingt voll super. Gut. Gut. Dann bis nächste Woche. Ja.